Ich hab dich schreien gehört. Was hast du? Bist du behindert? Mach den Scheiter wieder an. Oh, oh. Was hast du? Hör. Den erster. Oh. Oh, oh. Gladst du hier. Das ist zwei Blöcke, einer frei und drei Blöcke. Hä, ich stand doch überhaupt nicht da, wo die die schubsen. Aber ist das behindert. Hä? Das leckt nicht. Hä, ich steh doch mal da genau in dieser Lücke. Was ist denn das? Ja, ich denke, ich auch. Boah, hä? Bin eher da, ich bin eher da. Ich bin halt bis denn geflogen. Was sollst du denn da? Bis denn Wasser ist... Was war das denn für ein Schlag, hä? Hä, glaub weiter. Warte, warte, eins. Achso. Ja, bitte. Ja, jetzt musst du mir nur die Tür aufmachen. Ja, du bist lustig. Ich muss ja erstmal weiter. Dazu musst du das wieder anmachen. Muss er denn irgendwie hoch? Scheiße, das kann doch nicht angehen. Wo muss er denn hoch? Ach, da. Er ist jetzt da wieder zurück. Und dann da. Ach, dann da oben rein. Achso. Ist ja einfach. Wenn man es drauf hat, so wie ich. Oh, leck mich doch. Hä, ich war doch schon oben. Ich werde immer runtergeschossen von diesen behinderten Piechern. Äh, ups. Ups. Hä? Was los? Ruhiger werden. Hä? Ich war doch, ich war doch schon am Ende, ey. Boah, diese... Er sollte nicht auch schon lange die 1.9er, also die Vollversion rauskommen von Minecraft? Nein. Am 11.11. dachte ich doch. Am 16.17. Was die meinen können. Boah, ich stehe genau in der Reihe. Nein, ich auch. Boah, Alter, du bist so doof. Ich habe den nicht gesehen. Die Wand war davor. Jetzt solltest du aber mal warten. Ja, ähm, mach mal Tür auf irgendwo. Wo muss ich jetzt hin? Oh! Tapptada, ich hab nichts. Los, 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 los. Eins, zwei, drei, vier... Oh! Weg da! Oh! Da muss ich ein Schalter. Bäm! Erfischt. Bist du ganz oben? Ich kann hier auf den Schalter drücken. Du kannst doch da jetzt hoch. Wo kann ich hoch? Ach, hier. Ups. Wo soll ich mich drauf? Da kommt jetzt gleich so eine Wand. Nein, untergefallen. Ich bin so ein Noob. Ey, jetzt ist hier kein Dings mehr. Ach, jetzt kann ich da auch hoch. Was, was los hier? Ruhiger werden. Ich hab nichts gemacht. Du bist ein Stabhochspringer. Ganz genau. Ups. Aber ich cheate ja nicht. Du weißt ja, was ich von Cheatern halte. Ja. Hä? Ja, was ist jetzt grad passiert? Achso. Da ist irgendwo Sand runtergefallen. Greite da jetzt auch schon irgendwo hoch. Und ich habe Rotten geflasht. Cool, ich hab einen Diamanten gefunden. Ähm. Wo bist du jetzt? Hallo? Sagst mir bitte was? Hallo, hallo? Ach da, hinten. Ähm. Gibt es irgendwo eine Tür oder so? Ach, hier. Da kommen wir wieder zu diesem langen Gang da, wo wir eigentlich her wollten. Einmal. Hin. Hä, sind wir nicht fertig hier? Hä? Ich weiß nicht, ja. Aber wo war er jetzt? Hast du irgendwas eingesammelt oder? Ja, Diamanten. Zwei Stück. Ich habe einen Diamanten. Ich höre irgendwo Pistens oder sowas. Ja. Müssen wir hier nachher oder? Äh, hin? Ja. Ja. Okay. Cool. Ja, wo müssen wir mal langen? Drei, zwei. Ach, da sind wir hier doch richtig. Was war's für eine Schwierigkeitsstufe? Also nicht. Ja, die Decke hier so niedrig ist irgendwie. Heftig, wa? Oha. Was hab ich für'n scheiß Sound im Hintergrund? Das muss erst mal ausstellen. Hier sind du, 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 du. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Nee, das war scheiße. Funktioniert glaub' ich gar nicht. Hopp, 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 hopp. Das darfst du nicht. Achso, ich darf es gar nicht. Du darfst immer noch nicht Sachen abbauen, Mann. Das ist aber schon seit Anfang an so gewesen. Oh. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Wieso mal das so machen? Ich muss halt vorher schon los springen. Jetzt. Nee, es war auch schon zu spät. Ja, genau. Und dann nur springen. Hä? Ich hab halt in der Luft gestackt. Ich kann doch nicht mal einen Block weit springen. Genau. Ah, das ist zu spät. Oh Mann, ich knall da immer vorne gegen und dann hört er mal auf zu sprinten. So behindert ist das doch. Aber diese blöde Decke soll ich jetzt. Ah, ich hab's fast geschafft. Bin da oben stecken geblieben. Jetzt. Das kann doch nicht angehen, ey. Ja, weil mir sprintet der irgendwie nicht mehr dann, wenn ich da drauf bin. Ja, ja, weil ich da immer da vorne gegenknalle. Jetzt. 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 Aber ich komm da überhaupt nicht drauf. Mann, sprint doch mal gefälligst. Ja! Oh mein Gott. Mach mal auf irgendwo. Mach auf, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Ah, danke schön. Was muss man hier lesen? Oh. Wie sollst du das ausmachen? The Crusher heißt das. So was können wir auch nur mit Feuer, ne? So ähnlich, hä. Checkst du mich? Man kann einfach hier durchlaufen. Passiert hier gar nichts. Hm. Ist ja fail. Ah, ist ja. Ist ja kacke. Hä? The fuck? Hey, ich komm mir nicht mehr durch. Hä? Komm mir gar nicht. Hä? Hier, die Tür ist aber auf. Naja, ich bin auch schon da. Ein Diamanten ist hier. Hä? Wie, ja, wie komm ich denn hier überhaupt raus? Hä? Hä? Wie komm ich hier denn wieder raus? Hä? Ist das irgendein Fehler oder so? Ach, Gott. Komm mir, ich bin irgendwie hier gefangen, ne? Weißt du auch. Nö, weiß ich nicht. Woher denn? Hier ist irgendwie keine Tür, wo man hergehen kann. Deswegen mach ich jetzt hier den Stein kaputt. Was ungefähr drei Minuten dauert. Juhu. Ja, 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 ja. Ah, ist ein Bücherregal. Wo musst du denn her? Hin. Ja, hin. Ach, hier. Hin. Was ist hier? Gar nichts. Was sind denn hier diese absolut nervigen Geräusche? Testing Room. Hier ist so ein Obsidian. Gebirge. Gebildet, irgendwie. Die. 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 überhaupt hin ich komme da gar nicht mehr irgendwie hin was macht jetzt so pumpum noch nicht aber irgendwas macht hier rum hier bei mir ist irgendwas hier ich bin auch bei dir hier da kann man irgendwie nicht ja hin hin hä was laberst du hier heute kann man gar nicht springen aber ab sagt es keinem wer pufft hier so ey ist hartnervig oder was fun die 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 mothafuckin die mothafuckin die 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 offenschein und now it's burning everywhere was going this is wanting power overload eh evocute the place bt's waaah the control room is on fire what happened Bewusstsein! Wie bist du hier durchgekommen? AHEAAAH! HÄÄÄHNNNNNNNNNNN Gesundheit! Hä, sind wir jetzt schon wieder fertig? Okay. Ging ja schneller als gedacht. Hoffentlich schaffen wir uns jetzt noch in der Challenge hier. Gesundheit! Danke! Chi Net Town! Gesundheit! Oh, Gesundheit!